herzlich willkommen hier zu einem brandneuen let's play xxl und zwar von food truck simulator auch erst vor kurzem rauskommen was haben wir hier winter survival road diner simulator motor simulator mein gott ok jetzt machen wir erstmal die optionen weil die grafik ist hier ein bisschen komisch äh grafik mal episch 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 schon alles episch ok bewegungsunschärfe machen wir aus weil die mag ich überhaupt nicht finde ich hässlich so ok das passt schon mal alles so übernehmen zurück so dann fangen wir an neues spiel spiel laden kann ich nicht weil ich hab noch nie gespielt jetzt bin ich gespannt suche die stadt mit deinen adler augen nach sammelbarem ab die stadt ist voll davon ok danke für die info was kommt jetzt geht ja das ist die letzte competition er war gesund genug zu participate in at least hat er eine letzte victory und jetzt was das ist ein messer vielleicht ist das in diesem album ich kann es helfen dad war immer so gut Okay, für dich zum letzten Mal neue Quest. So, da oben steht's, benutze deinen PCB am 500 Dollar. Also die Grafik kann sich schon mal sehen lassen. Aber kein V-Sync, ne? Oder? Warte mal kurz, weil das so komisch ist. Gibt's das V-Sync überhaupt? Episch. Nö, gibt's hier nicht. Nö. Egal. Kann man schon machen. Okay, benutze deinen PC. Du kannst deinen Truck hier anpassen. Okay. Ach, da ist er ja. Okay, Farbe. So, was machen wir denn da? Grün, gelb oder orange? Wir nehmen gelb. Äh, grün. Gelb. Du kannst das Aussehen ändern. Okay. Ach du Scheiße. Das nehmen wir. So, Farbtonen. Gehen wir mal hier so ins Pinke rein oder so. Sättigung. Was so? So, die Reifen. Was wird das meinen? Oh Gott. Mein Truck. Aktualisierung. Okay. Burgergrill. Damit kann man eine Menge Burger grillen. Okay. Grill, Treibstoff verbraucht eine Einheit pro Sekunde. Anzahl der Steckplätze vier. Ein Grill für Burgerfleisch und andere Zutaten benötigt Gas zum Laufen. Okay. Du hast freigestaltet, neues Rezept. Bau einen Kühlschrank ein. Okay. Ach so, da kann man immer wieder hier aufmotzen. Okay. Kühlschrank. Frische Multiplikator zwei. Ansteckplätze fünfzehn. Ein Kühlschrank, um ausgesuchte Produkte zu kühlen, aber nicht einzufrieren. Okay. Schau dir das Album an. Okay. Ähm. Was ist ein Album? Was ist das für ein Album? Garage, Anpassung, Aktualisierung. Reiskocher, Fritteuse. Okay. Anpassung. Hier war ich ja noch nicht fertig, ne? Spiegel. Ach so, das gibt es alles noch nicht. Okay. Also, schau dir das Album an. Okay. Wenn ich wüsste, wo das Album... Ach so, hier. Papa am Steuer. Dieses ständige auf Achse... Ach so. Dieses ständige auf Achse sein war sein Ein und Alles. Ich hab die verstanden, warum. Papa am Versorgungspunkt. Clara hat uns immer unterstützt. Okay. Das ist alles, Bilder. Okay. Papa am PC. Er konnte PC... Er konnte Computer nie leiten. Meister den Grill. Es gab nichts, was er nicht reparieren konnte. Okay. Papa am Steuer. Dieses ständige auf Achse sein war sein Ein und... Ach so, das hat er schon. Okay. Sammlung. Red Hot Chili Burger. Okay. Fantastische Fritten. Okay. Rezepte. Was haben wir denn da? Klassischer Burger. Uh. Oh, ich will zum Burger, ey. Bacon Burger. Tomaten Burger. Premium Burger. Doppel Burger. Ich hab Hunger. So. Finde den Stadtplan in der Garage. Den Stadtplan. Den Stadtplan. Den Stadtplan. Du kannst sie mit deinem Truck einsammeln. Wenn du sie findest, kannst du neue Dekorationen für deine Garage oder deinen Truck freischalten. Halt die Augen offen. So. Baut das Radio im Food Truck ein. Ah, ja. Ich erinnere mich, dass ich diesen Shop bin. Ich glaube, die alte Clara ist noch in der Geschäft. Klaras Nachschubzone. Klaras Laden. Du kannst alles, was du brauchst bei dir, äh, bei ihr auch direkt kaufen. Versuch immer innerhalb des Zeitlimits bei ihr zu sein, falls du bestellst. Okay. Gut. Ah, schon geil. Hat ein bisschen was von Cyberpunk. Was ich zur Zeit let's playe. Noch nicht, aber bald wieder. So. Achso, ich muss wieder hier zum Computer. Aktualisierung und Radio. Shake hands. Ein Radio zur Entspannung beim Fahren. Während du in deinem Truck fährst, kannst du Musik aus dem Radio hören. Okay. Huh, was denn jetzt? Achso, mit E, ne? Okay. Hey, kid. I was wondering, where you were. Oh, Clara. It's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know, I'm always here to help. Yeah, I know, I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Take a look at the Shop-Tab on your PC and you'll see what I mean. Okay. Benutze den PC. Der Vogel, da unten ist süß. Tch. Okay. Laden. Liste aller verfügbaren Produkte im Laden. Okay. Ja, nehmen wir klar alles, oder? Ja. Und jetzt? Jetzt müssen wir hinfahren, oder? Oder wie? Wieso kann ich da nie... Achso, bestell Waren. Achso, ich muss es nur machen. Mann. Okay. Äh, Liste hinzufügen. Achso. Achso, warte mal kurz. Ich muss ja hier... Was? Burgerbrötchen acht Stück. Okay. Roßfleisch acht. Bacon acht. Hier acht Scheibenkäse. Tomaten vier. Probangas... Was? Probangas-Tank vier. Okay. So, es ist wichtig, die verschiedenen Klienten... Oh-oh. Du wirst wissen, was ich meine, bevor lange. Bis bald, Kind. Hoffentlich ist das Fahren nicht so scheiße. Okay, ja, das kennen wir ja schon. Uhu. Okay. Das ist ja geil. So. Die Minimap zeigt deinen aktuellen Standort an, ohne das Spiel zu pausieren. Der Zugriff auf die Hauptkarte zeigt alle zugänglichen Teile der Stadt und bestimmte Orte. Okay. Muss laut passen, oder? Wo ich da hinfahre. Oh Gott. Das ist rot, ja. Stehen bleiben. Jetzt ist grün. Grün, 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 grün sind alle meine Kleider. Wo, 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 wo. Ganz ruhig, Bruder. Muss immer überall so eine Wackelfigur drin sein. Genau wie bei Bausimulator. So eine komische, äh, Harpfefigur da. Jetzt habe ich hier so eine Katze. Das ist auch noch mit einer Zigarette im Mund. Was? Ja. Stan. Hupst du nicht? Ja. Mein Gott. Warum hupst du? Es gibt keinen Grund zu hupen, da ist ein Pferd. Hab ich auch grün, ich weiß nicht. Holt eine Bestellung von Klara's Laden ab. Wer gleich da. So. Fangen wir mal hin hier. Ja, ja. Ich komme ja schon. Okay. Oh mein Gott. Ja gut, ich... Ich glaube, das geht noch. Also. Achso. Da kann ich jetzt drücken, wohin. Okay. Na ja gut, Fleisch in Kühlschrank, ne? Das ist ja klar. Gut, gut. Meat should always be in your fridge. Mhm. Remember that. If you wanted to stay fresh for longer. Das ist ja wohl nicht so schwer, ne? Automatisch setzen. Okay. Achso, mit rechts. Okay. Ins Regal. Was ist das hier nochmal? Scheibenkäse. Achso. Okay. Okay. Serenity Park. Okay. Also das Spiel werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich, ähm, let's playen, aber das ist schon geil gemacht hier. Ja. Schon geil irgendwie. Wow, wow, wow. So. Achso, und hier kann ich dann das Zeug machen, oder was? Okay. Ja, so habe ich nicht gewartet, bis hier geredet wird. Bäh, 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 oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh. Tut, tut. Der Burgermann ist da. Ich bin MacDonald's Drive-In. Ach, guck mal, das sieht man sogar richtig. Alter, wie geil ist das denn? Okay. Uh. Hey, kid, I know this can be a bit overwhelming at first, but don't worry, I'll help. Thanks, Clara. This does feel like a lot. Danke, Clara. First things first, turn on the radio. It'll make everything much nicer. Great idea. Mach das Radio an. Äh, auch hier. Okay. Okay. Ach da, okay. Der linke Bildschirm zeigt dir deine aktuelle Bestellung an. Der rechte zeigt dir die Zutaten. Okay. Der roten Klopf, um den Grill einzuschalten. Oh, 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 oh. Jetzt geht's ab. Äh, Clara? It's not working. Right. You need to take the gas bottle first and put it in the gas machine. Auftragszähler. Ausgang. Kühlschrank. Wenn wir es mal zurechtfinden hier. Wo ist das Regal? Behälter. Frittenfett. Anschluss für Propan. Hier. Nein. Nee, ich brauch das Regal. Leerer Container? Ach da. Okay, hier. Nee, erstmal hier rein. Jetzt kann man es einschalten. Ah, sehr gut. Grill das Fleisch bis zum gewünschten Grad. Gut durch. Okay. Dann nehmen wir mal das Fleisch. Oh mein Gott. Das waren zwei, ne? Nein, das war falsch. Ah, fuck. Ha. Okay, Fleisch roh gebraten. Okay, das dauert noch ein bisschen. Medium. Ach so. Jetzt kann man schon mal den Bacon holen, ne? Oh Gott. Okay. Äh. Achso. Oh Gott. Ähm, gut durch, okay. Äh, nimm das weiß ich vom Grillen, legge das Brötchen auf das Schneidebrett. Äh, ein Regal, ne? Oh, das, ne. Hier ist das Regal. Oh, scheiße. Auf das Schneidebrett. Okay, hier. Mit Tap, okay. Oh Gott. Das wird lustig. Okay. Nein! Fuck. Scheiße. Ah. Oh, nee, ey. Oh. Grill die Hälften. Achso. Achso. Okay. Ich schneide die ganze Tomate in fünf Scheiben. Naja, jetzt machen wir erstmal das da, ne? Bevor wir hier was tun. Äh. Okay. Ähm, Tomate in Scheiben schneiden. Ach, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Du kannst die anderen Dinge antragieren. Achso. Also in fünf, okay. Oh Gott. Äh. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Leg die Unterseite vom Brötchen. Wie ist denn das? Das, oder? Okay. Äh, Käse. Fleisch. Speckbrötchen. Okay, warte mal. Fleisch. Bacon. Ähm. Tomatenscheibe. Käse. 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 Äh. Tomatenscheibe, Fleisch, Speck, Brötchen. Äh. Äh. Beende das Rezept zuerst. Hä? Äh. Äh. Verpackung für einen Burger. Beende die Zusammenstellung des Rezepts. Käse. Fleisch. Tomatenscheiben auf dem Tablett. Speckbrötchen. Cheeseburger mit Bacon. Knuspriges. Achso, warte mal einen Moment. Nein, das war falsch. Scheiße. Ähm. Ne, das ist doch. Ach, Quatsch. Wie macht man das? Beende das Rezept zuerst. Menge an Aufträgen. Ja, wie denn? Wie macht man das? Wie beendet man das? Hä? Okay. Beende das Rezept. Sicher verarschen. Ähm. Anschluss für Propan. Ich hab doch jetzt das Teil da. So. Und nun? Mach jetzt damit. Hä? Muss ich verarschen? Wer ist der für Frittenfett? Du kannst diesen Tisch nicht benutzen. Beende das Rezept zuerst. Ja, wie denn? Ich weiß es nicht. Du kannst diesen Tisch nicht benutzen. Beende das Rezept zuerst. Ja. Am Computer oder was? Warte mal. Ich kann doch irgendwie... Äh. So. Kann der mir doch mal helfen, der Typ? Nein, das will ich nicht. Hey, wie mach ich denn das? Achso. Ja, erst einmal Licht anmachen, ne? Lebensmittelschublade. Kann ich nur noch retten. Ich geb dir gleich. Kann ich nur noch retten. noch einen Tomatensäuber rein? Achso. Oh. Achso, weil da zwei es steht. Ah. Okay. Ach, jetzt geht's. Wieso schlecht? Ich geb dir gleich schlecht. Achso. Weil ich so lange braucht hab. minh. Guter Appetit. Guter Appetit. Tch. 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 Halt die Klappe. Hast du einen Börgern... Also, so muss man das machen. Mein Gott. Also, Tomatenscheiben brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Zweimal gebratenes Fleisch. Einmal Medium, einmal Medium. Okay. Also, machen wir erstmal das. Zweimal Medium. Einmal Bacon gut durch. Okay. So. Also, Medium brauchen wir erstmal. Gebraten, okay. Knuspriges Brötchen. Das ist doch im Regal drin. Was? Medium gebraten, da haben wir es doch schon. Medium. Okay. Medium gebraten. Das heißt, wir müssen erstmal hier die Schachtel reinmachen. Trennen. Achso, ich muss erstmal. Nein. Warte mal. Warte mal. Gut durch, ne? Ja. Gut durch. Runter, runter, runter. Das müssen wir da hinmachen. Dann müssen wir es schneiden. Okay. So. Ja. Okay. Dann müssen wir das da knusprig machen. Das war's schon. Schauen wir mal, ob das funktioniert jetzt. Also, das da rein, 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 rein. Äh, zweimal. Achso, Käse noch. Genau, Käse noch. Käse, Käse. Zack. Okay. Äh. Welche waren das jetzt? Ähm. Welche waren das jetzt? Auftrag 2. Achso, Doppelburger. Okay. Doppelburger. Der, ne? Ja. Ah, wir haben gut. Geschafft. Okay. Sehr schön. Dann machen wir den noch. Also. Knuspriges Brötchen. Wir fangen erstmal mit. Nein. Das ist falsch. Brötchen erstmal schneiden. Lolololo. Messer, Messer, Messer. Dö, dö, dö. So. Machen wir das nochmal drauf. So, Fleischmedium. Speckmedium. Okay. Dann bauen wir eine Schachtel. Mein Gott. Knuspriges Brötchen. Sehr schön. Wir brauchen alles Medium. Wir können ja schon mal hier Käse dran machen. Ne, da hin. Der will schon mal keine Tomaten. Medium. Sehr schön. Medium. Zack, 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 zack. Okay, doch. Das ist der Premium Cheeseburger. Bitte sehr. So, was haben wir hier? Cheeseburger. Knuspriges Brötchen. Ne, Moment, Moment, Moment. Äh. Fleisch durchbraten. Achso. Fleisch gut durchbraten. Zack. Äh. Knuspriges Brötchen. Das mache ich, wenn ich kein Brötchen mehr habe. So. Das legen wir auch mal drauf. Zack, zack, zack. Macht schon Spaß, ne? Irgendwie. Äh. Achso, warte mal. Ich brauche die Schachtel. Schachtel. Wie, jetzt kommt noch einer. Der wartet schon. Das war das gut durchbraten. Okay. Ja, machen wir schon mal hier Scheibenkäse. Scheibenkäse. Da. Passt. Zack. Sehr gut. Ganz schön anstrengend. Lieber, jetzt hängt es vorhin. Schade, dass... Schade, dass die nicht Deutsch sprechen, ne? So, können wir jetzt irgendwas machen hier? Dieses Verdöses Defekt. Ähm. Kann man jetzt irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Sehr blöd. Bis du den ersten Prestigel-Level hast. Ja, es kommt ja nichts mehr. Hallo. Kann man mal bitte... ...weiteren Auftrag haben? Was ist eigentlich, wenn ich rausgehe? Kann man das eigentlich? Nee, zum Farbenmotor suche ich nicht. Bleiben schön hier stehen. Ja, ich bräuchte noch eine... ...aufgabe. Eine Aufgabe bräuchte ich noch. Damit wir was machen können. Hallo? Dann kommt keiner mehr. Hallo, es gibt hier, ähm... ...gute Burger. Bitte mal hier herkommen, wenn ihr Hunger habt. Danke. So, vielleicht hat das nicht geholfen. Also, ich kann noch drei Burger machen. Ich hab noch drei Fleisch da. Ventilator. Neue Bestellung. Aha, aha. Okay, klassischer Burger. Fleisch. Okay. Nee, falsch. Ich geh mal woanders denn hier. So, zack. Okay. Schön dran machen. Zack. Also, knuspriges Brötchen und Fleisch gut durchbraten. Okay. Jetzt auf einmal. So. Was mache ich eigentlich, wenn es schmutzig ist hier? Was, was, was tue ich dann? Ja, vielleicht werden wir es dann sehen, ne? Wenn wir dann aufgestiegen sind. Ba, 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 ba. Jetzt. So. Klassischer Burger. Bischön. Ja, wir haben es geschafft. Uh, das Gerät. To every corner of the city. See if you can find another nice spot. You'll need new stuff for that though. So I left you a little something at your garage. Another gift? Clara, you shouldn't have. You've already done so much already. Shush now. It's what your dad would have wanted, but do visit me again. Now that you're earning some money, you'll have to put it to good use. Ordering first will get you a nice discount, and the quicker you get here afterwards, the bigger the discount will be. See you soon. That grill's looking pretty dirty. I think I have some cleaning tools around somewhere. So, wie kann man jetzt hier sauber machen? Also erstmal so, okay. Gut. Also, Fleisch roh gebraten. Also, weh oder was? Und das da. Okay. Na ja, jetzt machen wir erstmal das da. Toll. Sprit ist alle. Warte mal. Ja. Äh. Wo hab ich das her vorhin? Wo hab ich das Propan her? Äh. Was ist das denn ernst jetzt? Ah, die Bürste. Warte mal. Bewege die Maus. Okay. Ja, das geht nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ähm, Propan. Wo krieg ich Propan her? Wo war das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Du brauchst eine Gasflasche dann hier. Wo? Wo krieg ich das jetzt her? Nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Warte mal. Inventar. Nee. Das war doch hier irgendwo, oder nicht? Ach. Mensch. So. Okay. Also, roh gebraten. Zack. Und gut durch. Das machen wir jetzt mal. Und dann machen wir mal das Teil sauber da. Diesen blöden Grill. Den ganzen Schmutz. Den ganzen Schmutz. Und dann war's das. Mit diesem Ort. Ach so, den Grill müssen wir noch sauber machen. Genau. Gut durch. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Ausschalten. Bürste nehmen. Ach guck mal, so macht man's, okay? Ist ja lustig. So. Fahr zurück in die Stadt. Na, okay. Di, 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 di. Was? Äh, öffne die Tür. Ach so, ja. Zurück. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. La, la, la. Wow. Alter, es geht ab. Ähm. Wir müssen überhaupt töten. Öffne die Karte. Ach so, eben. Okay. Nachtclub, Öffnungszeiten, 0 bis, okay, Vorliebe, Kunden, Thomas, öffnet spät dafür die ganze Nacht über auf und zieht Publikum an, dass es heiß und scharf mag. Aha. Fahr zurück zur Garage, okay. Okay, fahr zurück zur Garage. Dann machen wir das mal. Wah. Hilfe, Hilfe. Welche ist denn das jetzt? Das ist, öffn. Warte mal. Das da ist die Garage. Ach so. Okay. Dann fahren wir da hin. Ne, warte mal. Muss einmal drehen. Hüah. Geht schon gut los wieder. Also, wir müssen jetzt in die Garage fahren. Besuche Claires Laden. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Vorsicht. Oh mein Gott. Hier rein. Äh. Sorry. Sorry. Das war hier, ne? Du hast eine Fernbedienung, um den Standort zu betreten. Eine Fernbedienung? Was? Was ist denn eine Fernbedienung? Befreit den Truck? Wechsel die Kamera? Was? Was ist los? Ähm. Was willst du von mir? An dir war doch mal da hinten, ne? Da muss ich reinfahren. Ja. Können wir so fahren. Ne, wir fahren so. So. Jetzt sind wir da. Jawoll. Geht doch. So. Bau die Fritteuse ein. Bau den Gefrierschrank ein. Okay. Wir sind erstmal hier hin, oder? Aktualisierung. Fritteuse. Okay. Gratis. Klassische Industriefritöse. So. Sei vorsichtig mit der Frittierzeit. Man braucht Gas und Öl, um es zu bedienen. Ach was. Neues Rezept. Oh, ich hab Hunger. Äh. Gefrierschrank. Gefriergerät, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. So. Das bestellen wir jetzt noch. Dann gehen wir zu der, äh, Tante hin. Und dann gucken wir mal. Also Brötchen, acht Stück. Rohes Fleisch, acht. Bacon, acht. Scheibenkäse, acht. Tomaten, vier. Robangas, Tank. Wer auch immer wie es heißt. Zwiebel, vier. Rohre Pommes, zwölf. So. Äh, Rohre Pommes, zwölf. Ähm, Flasche Frittierfett, vier. Ketchup, Tube, vier. Alles vier. Okay, zack, zack. Bestellen. Gut. Na dann. Holen wir es ab. Das werden wir dann auf jeden Fall im Let's Play dann machen mit den Pommes. Schauen wir erstmal, dass wir da hinkommen und das Zeug abholen. Ich glaube, das war hier, ne? Ja. 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 Genau, bei dem Pferd da entlang und dann da vorne. Also, ich dachte schon geil gemacht, muss ich sagen. Schon geil. So. Halten. So. Now's where the freezer comes in handy. Fries go in the freezer, putting them anywhere else, will decrease their freshness greatly. Keep that in mind. I can tell. Nobody likes soggy fries. Also, Burger Pommes kommen in Regal. Rohes Fleisch kommt in Kühlschrank. Und das auch, das auch, und das auch. Die Zwiebel kommt in den Regal. Das kommt da rein. Da rein. Äh, Ketchup-Tudel. Ich glaube schon, oder? Ja. Okay, Fahrer zum Verkaufspunkt in der Nacht, in der Nacht-Club-Zone. Zone. Ja, immer. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war's das hier mit, mit, ähm, Food Truck Simulator. Wir sehen uns dann in Let's Play wieder davon, weil davon werde ich auf jeden Fall Let's Play machen in der nächsten Zeit irgendwann mal. Jetzt mache ich erstmal ein paar, ähm, XXLs noch als Entschädigung, weil ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Zwecks Umzug und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann abonniert mich einfach, aktiviert die Glocke, sonst was und weiß was ich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video bei World Gameplay. Euer Thomas. Tschüss.